Hallo Servus, heute gibt es mal ein Unpacking Video und zwar ein schönes Paket vom Ralf Schmitz Internet Marketing und das werde ich jetzt aufbauen und wenn du auch so ein Paket haben willst dann schau unbedingt das Video bis zu Ende, weil dir da verraten wie du auch zu so einem Paket kommst. Schauen wir mal was da jetzt drinnen ist, schönes, da sehen wir glaube ich einen Zettel, jetzt schauen wir mal, herzlichen Glückwunsch, du hast Silberstatius bei der ersten deutschen Affiliate Meisterschaft von Ralf Schmitz erreicht. Wir sind extrem stolz auf dich und danken dir von Herzen für deinen Support. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit deiner Überraschung und würden uns sehr freuen, wenn du ein Bild von dir mit dem Gewinn in den sozialen Medien teilst. Das werden wir natürlich machen. Unter allen geteilten Bildern verlosen wir einen weiteren extrem coolen Gewinn. Ralf Schmitz. Ich habe jetzt nicht alles vorgelesen, es ist da vorher noch ein anderes Geschenk drin und zwar habe ich vorher noch den Bronzestartus erreicht, da gibt es so eine coole Mütze. Echt geil. Einfach ist zu kompliziert, ganz nach dem Motto. Mein Kopf ist aber das kleine, wenn wir das gleich aufsetzen, dann schauen wir gleich, was weiter drinnen ist. Coole Cap, passt super. So, da sind ja einige Sachen drin. Schauen wir mal, was da noch drinnen ist. Das ist ein Kugelschreiber nicht mehr stark geworden. Da kannst du gleich mal so einschauen, dass du siehst, was da alles gibt. Einen Kugelschreiber, oder was ist das? Schauen wir mal. Oh, die Edel aus Holz bitte. Oh, ein Laserpointer sogar. Ein Laserpointer mit einem Stift für den Dings. Coole Sache. Coole Sache. So, dann schauen wir mal weiter, was es noch scheines gibt. Schauen wir mal, was das da in den kleinen Dings ist. Oh, ein Schrittzähler. Das ist ein Schrittzähler, sehr gut. Er ist klar, als Online-Marketer bewegt man sich nicht viel, ist ein Schrittzähler immer gut. Dann gibt es da ein cooles Bundle. Dann gibt es hier einen Tourenbeutel, da werden sich meine Jungs darüber freuen. Und, oh, da gibt es, uh, da schauen wir mal, was da noch gibt. Da gibt es dann da einen coolen Rucksack. Sehr schön. Einfach ist zu kompliziert. Sehr schön. Ah, super mit hinten. Notebooktaschen. Sehr gut. Das ist cool. Ich denke, wir werden mal ausprobieren. Bitte. Es sitzt perfekt, oder? Nicht Bezug gemacht. Und, was gibt es dann noch herinnen? Ein cooles Buch. One thing. Produktivitätsplaner für deinen Erfolg. Na geil, das kann man immer brauchen. Ja, ich schaue mir das natürlich jetzt nochmal in Ruhe an. Und, wie versprochen, wenn du wissen willst, wie du auch zu so einem Paket kommst, dann klick einfach den Link unter dem Video. Du kannst es dann beim Partnerprogramm von Ralf Schmitz anmelden. Ich finde, dass es eines der besten Partnerprogramme ist. Er zahlt im Schnitt immer 50% auf seine Produkte. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von ihm und finde, dass sicher seine Produkte auch der besten sind. Und wenn du dich über den Link anmeldest, du wirst auf TikiStore24 weitergeleitet. Du kannst dann dort die anlocken, du bist automatisch bei allen seinen Programmen aus Affiliate registriert. Und dann kannst du natürlich auch bei der ersten deutschen Affiliate-Meisterschaft mitmachen. Das ist eigentlich das, wo ich jetzt war. Da habe ich jetzt den Prozess-Status kaputt bekommen. Und für den Silber-Status habe ich noch die Taschen bekommen. Natürlich zu den Provisionen dazu, das ist eh klar. Und das ist eine super schöne Überraschung. Weil einen Rucksack kann ich immer brauchen. Als Rucksack-Unternehmer unter Anführungszeichen. Oder wenn man Online-Marketing macht, dann ist man sowieso immer viel unterwegs. Und dann passt halt super der Rucksack, dass da mein Opo gerne passt. Ja und der Produktivitätsplaner ist eh super. Weil meiner ist nämlich auch schon weg. Und er hat mich schon ausgefüllt. Und deswegen kann ich sagen, da freue ich mich drüber. Sogar in dem Video einmal recht herzlichen Dank, lieber Ralf Schmitz, für das Geschenk. Ich habe mich sehr gefreut. Ich werde natürlich deine Produkte weiter promoten. Und schaue natürlich, dass ich jetzt die nächste Stufe erreicht. Und wenn du das ganze Jahr machen willst, einfach unter dem Video auf den Link klicken. Du hast dann mehr Infos. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib den ganzen Daumen nach oben. Like das Video, teile das Video. Und wenn du selber ein Affiliate-Programm anbietest, kannst du mir gerne eine Nachricht schicken. Ich schaue mir immer gerne coole Programme an und bewirbe sie dann auch, wenn sie super sind. In diesem Sinne einen wundervollen Tag. Tschüss und Servus.